Okay, das ist Lazy Lake. Oh, wait, 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 das war, das ist, äh, die Karte sind wirklich komplett anders aus. Vielleicht ist das Tilted Towers, Chad. Ich glaube, das ist auch nicht Tilted Towers. Guten Abend, Hayes Bates! Ja, das ist so ein Ho-Haus-Ding. Weird. Hey, ich will da wieder raus. Scheiße. Ich will da rein. Gib mir das dann. Okay. Okay, ich habe das alles zum Griff, Chad. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Ich saufen mir erstmal ein. So, warte, wir müssen eigentlich nur gucken, wo sie Hochhäuser gebaut haben, ne? Dann wissen wir ja, wo sie sind. Ist das richtig? Das ist richtig. Was ist das? Glühwürmchen. Braucht keine Glühwürmchen. So, jetzt haben wir hier so Barmaterial. Ich kann mich bauen. Ich kann hier nicht mehr schieben. Guck mal, da ist die Wand. Da hinten ist ein halbes Hochhaus. So, Chad, jetzt machen wir krasse Sachen hier. Oder aber auch nicht. Oder so. Oder so. Ich bin so komplett scheiße, ne? Es ist unfassbar. Oh shit! Nein, 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 nein! Hilfe! Das ist der größte Feind, eh so! Eee, Top 50 Chat! Was ist das für krass, für das als die Hälfte? Was ist das? Was ist das für ein NPC, oder so? Das würde ein NPC sein. Ah, scheiße! Lass da eine Granale liegen lassen. Ne, ne, ist schon gut. Lass sie mal da liegen. Oh, was ist das? Goldbahn. Nice. Okay, es ist kein Auto-Fronten. DMCA! DMCA! Oh ja, DMCA! Da 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 da! Ich rappe! Ultra H! Da 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 da! DMCA! Oh ja, DMCA! Das ist nice! DMCA! Da 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 da! Ich steige mich aus. Oh, was ist das für ein Streamer und Freunde dieses Spiel? Ja, aber ich hätte gerne einmal einen Hamburger zu mitnehmen. Ah, guck mal! Das bin ich! Das ist mein Auto! Gute Nacht! Alter, warte mal! Ich muss in eine ganz andere Richtung! Scheiße! Zählt, warte mal kurz. Äh, Einstellungen. Äh... Audio... Musik. Speichern. Die Musik geht's aus, wenn ich ins Auto steige? Hä, wo ist das Auto hin? Hä, hab ich das nicht hier abgestellt? Scheiße! Ey, Mann, mein Auto nicht hier! Oh, das ist ein Wölfe. Ah, das ist mein Auto. Geil. Ich hab die Musik ausgeschönt! Ich fühl mich komplett verarscht. Schöpfle nicht mal. Junge. Ich hab die Musik ausgeschönt. Ich... Ich geh da auch schon mal aufgehörten. Oh. Oh, was ist das hier mit dem Monat wieder? Oh, was ist das hier mit der Muskete? Oh, ich kann das hier mit der Musketeil. Oh, was ist das hier mit dem Monat wieder? Oh, was ist das hier mit der Musketeil? Was denn? DMCA! 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 AMCA! YMCA! Oh, es läuft ja gar keine Musik. Nö. Bestimmt, weil das Auto kaputt ist. Ich hab bestimmt das Radio kaputt geschossen oder so. Was ist das Scheiße? Das Radio hat einen Platten, ne? Das ist eine schöne Saubertschein. Das ist eine schöne Saubertschein. Das ist eine schöne Saubertschein. Eieieieieiei. Kira's Huhn. Das ist ein Trudern-Shit. Wildtier gejagt. Fleisch. Gewöhnlich. Essen. Oh, Scheiße. Schon mit einer Granate geboren. Ich war das nicht! Ist nicht meine! Oh, da hinten ist Bob der Baumeister. Shit! Bauarbeiter! Können wir das schaffen? Bob der Meister! Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Puddel und Wendy machen den Job. Doch auch der Raulo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu! So wird die Arbeit erledigt im Nu! Bauarbeiter! Das sind Bots, oder? Please! Sag mir, dass das Bots sind! Das kann nicht sein! Hatten wir noch mehr Granaten? Die waren geil! Ich nehm die hier. Oh, da ist auch nur noch eine. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Ich hab gerade anderthalb Stunden Sporn hinter mir. Lass mich! Oh, warte! Erst den trinken! Oh, warte! Moment! Dann den! Und dann drinnen! Oh, Zett, die Zone kommt! Kein Ding, ich hab den hier noch. Den kenn ich noch. Als ich vorne gespielt hab, ist er eingeführt worden. Gutes Ding. Du kannst vorne halt übelst gut auf Sound spielen, ne? Du kannst vorne halt übelst gut auf Sound spielen, ne? Ist faszinierend. Warte mal. Ja, du hörst sie alle. Du hörst übelst gut, wo die Leute sind. Dreidimensional. Ich bin total verwirrt. Ja, meine Gegner auch. Trotz nur drei. Gehts hab. Ich bin pisst. Ey, früher war ich nicht so gut in Fortnite. Früher waren die Gegner, glaub ich, besser in Fortnite. Zett, das kann nicht sein. Ja. Wir haben einen Problem. Wir haben einen Problem. Ja. 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 Das ist sicher. Ja. Das ist geil. no joke das gibt es nicht wenn ich zu hause kann ja ins telefon gehen das sind bots lauter oder please bitte sagt mir dass das bots sind weil ich muss mal kurz ans telefon hallo mache ich er ist nicht der boden oder ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich habe keine ahnung oder fünf geht es jetzt mal jetzt hier mein chicken dinner und da wurde unsere logge rankt war lange nicht mehr gespielt gibt es denn gibt es mit schminkern ich käme schon vorne als so null aus sind wir mehr drin ja sind wir mehr drin ja 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 dann ja und hier so ja 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 Bauarbeiter! Können wir das schaffen? So, ich fang aber jetzt auch mal an mit Bauern so. Bauen wir hier jetzt ne Festung, Jett. Wie viele krasses Gamer sinds noch? Drei. Also langsam werd ich nervös. Sag ich wie süß. Okay. Kanalverfum. Am Kiddies ist so. Am Kiddies ist so. So, von wo kommen sie an gerannt? Ich hab aber auch Zohnlack aus der Hölle, ne? So, ein kinder Skybase. So, ein kinder Kiddies? So, ein kinder Kiddies. So, ein kinder Kiddies. So, ein kinder Kiddies. Tschüss! Easy. Das ist lächerlich. So, ein kinder Kiddies. So, was ist das? So, was ist das? So, was ist das? So, was ist das?